ihr damit herzlich willkommen zurück zu let's play destiny 2 wir sind immer noch auf 1 und ich hatte zwischen dieser folge und der folge davor eine kleine pause und jetzt machen wir hier weiter so ich habe auch eine andere waffe jetzt ja dies ist krass warum habe ich den permanent diesen jetzt das war ich die eine waffe ist das weil ich die ihre waffe ausgerüstet habe dass ich permanent auf alle visiere das habe es ist wirklich so ok ok gut wo waren wir stehen geblieben wir müssten hier diesen beutezug abschließen patrouillen genau so haben wir denn irgendwo patrouillen da hinten sich eine oder hier da hinten und hier okay dann machen wir die beiden weil wir brauchen die um den Missionsfortschritt abzuschließen ah hier oben ist er machbar patrouille meine agenten verfolgen ein prioritätsziel das anscheinend dich verfolgt sorge dafür dass das ziel es bereut die irgendwo dahinten gut machen wir das mal so hier hoch hier geht's rein nein unser fahrzeug brennt ich wollte eigentlich nicht hier runter aber egal d hier hoch Daun, Daun, Daun. Ciao. Ich weiß, dass ich nicht im Feuer stehe, ne? Ich glaube, das wäre nicht schlecht. Ach, das war der Boss schon, irgendwie. Der mit dem Schild. Ne. Nein, die, doch hier der. Mission abgeschlossen hat. Okay, ciao. Ciao. Ach, ich dachte, hier geht es rein. So, hier hoch. Was ist denn hier oben noch? Ach, hier sind wir Gegner. Okay. Aber sonst gibt es hier keine Kisten oder so, ne? Aber, alter, die Waffe hier, ey. Alter, die hat eine Feuerwehr. So. Das war die erste Patrouille, ne? Genau, so stimmt. Jetzt nur noch die zweite. Und dann haben wir die auch schon abgeschlossen. Sehr gut. Hi. Hi. So, wo müssen wir denn hin? Ähm, es gibt ganz viele hier. Ähm. Hier oben ist ja eine. Muss man wieder irgendwelche Dinger sammeln, ne? Endlich eine passend stumpfsinnige Aufgabe für dich. Ho, ho. Ein Kennzeichen traditioneller Feldforschung, wie du wahrscheinlich nicht weißt. Objekte gesammelt, ja, und wo? Neutralisiere Besessene. Mhm, okay. Ionisierter Barren. Hm? Drei haben wir. Yo. Danke. Danke. Noch mehr. Oh. Komm. Hup. Wow. Ähm. Hup. Moin. Yee. 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 Moin. Oh. Ach, die gehen wir gar nicht. Ach, das war dieses... Schade. Schade. Hm. Ich kriege keins. Schade. um 2 kommen den Menschen ja so ist es und nicht nur abgeschlossen wenn der abgeschlossen damit habe ich das hier auch abgeschlossener Kunde ein dann auch noch was bei Saison Saison und dann ist das nächste was wir machen Dynastie und wir kriegen drei Upgrade Module Nice dann haben wir das und das dann müssen wir jetzt zu Asher zurück der ist hier unten schnell reise gut wo ist denn der Asch der Asch hier ne drückend habe ich nicht erstaunen echt krass brauchst du etwas nur deine Waffe die du mir anbietest 900 ne ne Beute Züge kann ich drauf verzichten eigentlich was was willst du hier hm ja ok ok wir kriegen 900er Waffen jetzt Nice dann ist das nächste dann ist das nächste die Hauptquest von dieser Insel die Hauptquest von dieser Insel die Hauptquest von diesen Planeten äh gut im Winter was haben wir hier diese Berechnungen würden sogar den hartgesottensten Kryptorien erstaunen Automatikgewehr Maschinenpistole Handfeuerwaffe Schrotflinte genau die ist neu Scharfschützengewehr okay was haben wir für eins wir haben das hier ich schorch dich gleich weg uuuuuh dammit geht runter Reichweite geht runter vielleicht wenn ich nur Stabilität Handhabung Nachhaltstempo geht hoch Feuerrate ist höher und Magazin ist höher bei der anderen und das ist eigentlich das worauf es mir ankommt und zwar das Magazin deswegen ist dieses Scharfschützengefühl eigentlich nicht so geil weil ich hätte gerne diese diese mehrere Schüsse mit Reichweite ah hier kann man noch was beändern lol also hier ist starke Optik langer Zoom ausbalanciertes ferner mittlerer Zoom mit mehr Daten ich brauche mehr Informationen vergrößert Munition Munitionsreserven das ist das was ich das ist das was ich haben will auf alles gefasst so heißt das Ding also kann ich das denn hier auch nicht also irgendwie überlädt das Magazin basierend auf der Nummer rapider Kills vor dem Nachladen mit Präzision verbesserte Geschosse so ist eigentlich gut mittlerer Zoom erhöht Reichweite kurzer Zoom dafür geht die Reichweite ein bisschen runter hier ist das nicht so schlecht weil fast geschäft mittlerer Zoom ja eigentlich ist das mittlerer Zoom in Ordnung so eine Stufe 1 Waffe eigentlich ist die Schuhe nicht so schlecht sollen wir das mal nehmen sollen wir das mal zerstören hier ich mag diesen mehr Magazin zwar aber ich finde die 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 Fähigkeiten von dem Ding einfach auch sehr geil so Automatik Handfeuerwaffe Impuls Kampfbogenpistole Maschinenpistole die ist so geil verstehe Arach wenn du denkst meine Daten können helfen uns aus diesem Friedhof von einem System wegzubringen dann gebe ich sie gerne weiter Raketenwerfer genau da habe ich immer noch beide weil der eine halt geiler ist also der hat immer noch mehr Damage als der hier ich behalte ihn trotzdem mal was haben wir denn hier hier habe ich übrigens 899 drin hier habe ich auch nicht mit die anderen Schuhe hier drin sondern die Chiron weil hier zu viel Belastbarkeit runter geht Mobilität geht zwar gut gut hoch aber der Intellekt hier ist schon so wenig der darf nicht noch runter gehen deswegen ich bin sie nicht zerstören aber ich kann nicht ich will irgendwie trotzdem behalten man weiß ja nie sowas haben wir einen Triumph noch hier nur noch 1 Uhr und ich bin von von Lohmsektoren nochmal Triumph und da auspögt die mehr und standen können eigentlich zu dieser Quest jetzt und ich musste wieder die Einstellungen weil ich hier also ja so gesehen ist ein kleines Session Prozent ich musste die Einstellung von Video wieder ändern alter Schede das nervt ich glaube es ist immer sowieso nicht gut äh also so wie gestern also hier war alles verändert das war so blöd wieder mal äh das hatten wir ausgemacht der war so richtig das war auch alles richtig wegen unschärfe aus das aus die hatte ich aus aber das das war so blöd dass das gestern einfach wieder geändert hat einfach so jetzt machen wir die Hauptquests also ich weiß nicht aber ich sehe Loot toll danke dass sie so schnell immer die spawnen diese dinge so Quest Mission starten Hüter ich könnte deine Hilfe gebrauchen falls du Zeit hast wie du weißt habe ich ein weitläufiges Informantennetzwerk die Verborgenen eine Agentin von mir konnte seltsame Aktivitäten zwischen den Besessenen und den Wechs feststellen bevor sie verstummte schlechte Aussichten wir schauen uns mal um vielleicht ist es ja falsche Alarm gut wir schauen uns an Hi diese Besessenen trinken irgendetwas vom Boden mir ist egal wer was trinkt schnell kümmer dich drum ich hasse diese Viecher mit ihrem fucking rückstoß immer ne ich hasse dieses scheiß rückstoß alter ich kann da nicht mit arbeiten ne nervt mich nicht ich verstehe das nicht ich verstehe es nicht warum bin ich jetzt gestorben mit 100% Leben ich verstehe es nicht ich verstehe es nicht Scheint, als halten die Besessenen die Wechs gefangen. Wieso sollten sie das tun? Wollen sie sie zu Besessenen machen? Ikora, ich bitte dich. Ohne ihren König könnten die Besessenen noch nicht einmal die dümmsten Goblins besessen machen. Du solltest deine Annahmen hinterfragen, Aschermir. Es ist meist das Unmögliche, das eintrifft. Hi, hi, hallo. Als ob der es aushält, dieser Kern. Oh, komm. Einbeinige Hexe? Einbeinige Hexe. Ich stimme Ikora zu. Hier läuft irgendwas seltsames und die Besessenen wollen uns nicht hier haben. Okay. Keine Ahnung. Event abgeschlossen. Seit dann haben wir so ein Event abgeschlossen. Nee, das Problem ist gelöst. Egal. Warum bin ich jetzt? Ich hasse das. Ich skalieren die Gegner mit dem Level? Kann das sein? Geh einfach weg. Ich bekomme einen Wexfunk rein. Hört sich wie ein Notruf an. Wir können ihn nachverfolgen. Okay. Begib dich zum Wirbelsäulenbau. Wirbelsäulenbau. Hallo? Ich hänge am Ästen fest. Ich hänge mit einem Raumschiff am Ästen fest. Geil. Ach, hier waren wir doch schon mal. Ja, müssen wir jetzt da oben nochmal rein. Wir müssen hier oben nochmal rein. Aua. Oh, 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 oh. Was? Was? Ist es jetzt nicht zwischen sichern? Oder wurde irgendwas abgebrochen? Weil da unten steht eine Neuverbindung wird gesucht. Was? Ich hoffe mal, dass es eine Zwischensequenz wird. Ich weiß nicht. der begrennt La 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 graduation la 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 de briller la da la laで ir der la 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 de bill chum toll darf man jetzt spielen oder darf man jetzt nicht spielen dann bringt das jetzt dann bedanke ich mich trotzdem fürs zu sehen die folge ist dann halt nur 20 Minuten obwohl die eigentlich normal ist so plus minus 25 Minuten sind dann halt nicht dann hat sich das erledigt mit aufnehmen heute ich bedanke mich trotzdem fürs zusehen wie gesagt und wir sehen uns in der nächsten folge wieder mit der Hauptquest ich sehe es als Hauptquest vom Planeten an bis dahin